In diesem Video geht es heute um Bewegungsaufgaben. Und zwar sehen wir uns hier Bewegungsaufgaben vom Typ 1 an. Das bedeutet, der erste zurückgelegte Weg ist gleich groß wie der zweite zurückgelegte Weg. Bevor wir zu Rechnen beginnen, müssen wir uns die Voraussetzungen für die Bewegungsaufgaben ansehen. Die Voraussetzungen für eine Bewegungsaufgabe vom Typ 1 sind, die Fahrzeuge fahren in die gleiche Richtung, sie fahren mit konstanter Geschwindigkeit, es herrschen idealisierte Bedingungen, es muss also nicht abgebremst oder beschleunigt werden durch Hindernisse und Weg 1 und Weg 2 sind ident. Ein rotes Auto fährt um 8 Uhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde von Ort A in Richtung Ort B. Um 8.30 Uhr fährt ihm ein blaues Auto mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde nach. Wann und nach wie vielen Kilometern wird das rote Auto nun eingeholt? Die Informationen aus dieser Aufgabe fassen wir uns in einer Tabelle zusammen. Das rote Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Da wir nicht wissen, wie lang das rote Auto unterwegs ist, bis es eingeholt wird, nehmen wir als Fahrzeit eine Variable, in diesem Fall t. Und wenn wir den Weg berechnen wollen, müssen wir uns der Formel s ist gleich v mal t bedienen. Wir erhalten also einen Weg von 50 mal t. Das blaue Auto ist mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde unterwegs. Da es eine halbe Stunde später losfährt, fährt es nicht eine Zeit von t, sondern eine Zeit von t minus 0,5, wobei 0,5 hier für die halbe Stunde der späteren Abfahrt steht. Für den Weg multiplizieren wir nun wieder die Geschwindigkeit mit der Zeit, also haben wir 70 mal Klammer auf t minus 0,5. Klammer wieder zu. Da Weg 1 und Weg 2 ident sind, können wir diese beiden nun gleichsetzen. 50t ist also das gleiche wie 70 mal Klammer auf t minus 0,5. Nun können wir diese Gleichung vereinfachen. 50t ist gleich 70t minus 35. Dann subtrahieren wir die 70t. Minus 20t ist gleich minus 35. Wir dividieren hier durch minus 20 und wir erhalten ein Ergebnis von t ist gleich 1,75 Stunden. Das heißt, das rote Auto wäre 1,75 Stunden unterwegs, bis es vom blauen Auto eingeholt wird. Wenn wir nun wissen, wie weit das rote Auto in dieser Zeit gefahren ist, bedienen wir uns wieder der Formel Weg ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit. Wir wollen also den Weg wissen, Geschwindigkeit ist 50 mal die Zeit 1,75 Stunden und wir erhalten eine Strecke von 87,5 Kilometer. Das Ganze lässt sich nun auch grafisch lösen. Als erstes möchte ich den Graphen einzeichnen für das rote Auto. Das rote Auto fährt um 8 Uhr los. In einer Stunde legt es 50 Kilometer zurück. Es ist also um 9 Uhr bei 50 Kilometern. Das Ganze können wir nun verbinden und wir erhalten nun den Graphen für das rote Auto. Dasselbe können wir nun auch für das blaue Auto machen. Das blaue Auto fährt erst um 8 Uhr 30 los und legt in einer Stunde 70 Kilometer zurück. Es fährt also um 8 Uhr 30 los, eine Stunde später ist es 9 Uhr 30 und um 9 Uhr 30 wäre es bei 70 Kilometer. Wir verbinden also 8 Uhr 30 mit den 70 Kilometern bei 9 Uhr 30 und wir erhalten nun einen Schnittpunkt. Der Schnittpunkt liegt ziemlich genau bei 9 Uhr 45, das heißt exakt 1,75 Stunden nachdem das rote Auto abgefahren ist. Und wenn man an der Y-Achse abliest trifft es auch ziemlich genau die 87,5 Kilometer, die wir zuerst berechnet haben. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog mathematik.rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde mit dir.